Moin Leute, ich habe gerade mal eine kleine Idee gehabt dank einem von euren Kommentaren. Sehr spontanes Video, so falls ihr mich in dem Verspreche, ist es mir leid. Es hat was mit World of Tanks zu tun, wie ihr bereits sehen könnt. Und zwar hat mir mein Angebot mit ihm World of Tanks zu zocken, da ich mir ja momentan die Zugpartner fehlen. Und ja, da sind wir dabei. Einfach euren, wenn ihr so wenig Bock habt mit mir zu zocken und euch für... Also das ganze nehme ich auch auf, logischerweise. Und euch dazu imstande fühlt, mit mir eine Konversation über ein Let's Play zu führen. Also ne, mit TeamSpeak und so. Und anständige Mikrobiter auch, weil also... Eigentlich ist alles okay, nur kein Webcam oder Laptop Mikro, weil das klingt kacke. Meistens zumindest. Zumindest für Let's Plays ist das nicht so der Hit. Aber ihr kriegt das schon hin und ich weiß auch, dass ihr da auch Wert drauf legt. Okay, also einfach euren Ingame-Namen in die Kommentare und... Oder schreibt mich an, wenn ich online bin, ne. Deathwing 9.5. Ich werde einfach mal die Tage, wo ihr World of Tanks im Hintergrund laufen lassen. Ja. Mehr wollte ich gar nicht, dankeschön. Naja, ich würde mich dann weiter mal meine Gitarre zuwenden. Viel Spaß noch. Ciao. 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 Vielen Dank.